Hallo Ron, heute kommt das mobile Weihnachtsfilmteam auch zu dir. Wir haben hier eine Lichterkette mitgebracht und wollen das von da mit einem Zimmer decorieren. Schau mal, wie das am besten ist. Ich werde mal versuchen, ob die überhaupt in mein Zimmer passt. Ich werde mal versuchen, dass die Beine aus den Nuller erheben. Ich werde mich auf den Nuller, bis zum einen Nuller herbekocht werden. Ich werde mich auf den Nuller herbekannten, aber ich werde mich auf den Nuller herbekannten. Ich werde mich auf den Nuller herbekannten, weil ich die Nuller herbekannten. Das war's. Das war's.